Mein Name ist Ben Kreisig von der Firma Ketzes GmbH aus Chemnitz. Wir sind ein CAD-Systemhaus, was seit über 22 Jahren Planer, Architekten, Ingenieure und Kommunen im Bereich Hard- und Software betreut. Auf der Intergeo zeigen wir das AutoCAD Civil 3D verbunden mit unseren eigenentwickelten Lösungen und Erweiterungen, speziell für den Bereich Kanalplanung und Bibliotheken. Mit unseren Produkten möchten wir speziell Vermesser- und Tiefbauplaner ansprechen und im Bereich der Straßenplanung und Deponieplanung tätige Ingenieure. Das Besondere an AutoCAD Civil 3D ist, dass alle Objekte, die ich in der Zeichnung erstelle, miteinander verknüpft sind und somit bei Änderungen Pläne immer aktuell sind.